Ja hallo, allöche meine lieben Freunde der Zärtlichkeit und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Westland 2. Ja, wir sind hier noch in der Ranger, also hier bei dem Typen hier und sollen die Hunde kurieren. Oh Gott. Oh Gott. Yondarku, dennoch trägt er eine Milizrussenschütze, sieht aber nicht wie ein Red Skorpion, ist ein älterer, ruhiger Mann, das in der Hunde Pflege ist. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal Ranger im Gefängnis sehen würde. Weiß Commander Denford, dass ihr hier seid? Denford verlangt, dass wir die Hunde heilen. Das will erklären. Wenn ihr normalerweise von euch spricht, seid ihr Dämonen aus der Hölle, aber er liebt seine Hunde und naja, seht es euch an, die brauchen alle Hilfe. Wenn sie sie kriegen können, selbst von Dämonen. Was stimmt nicht mit den Hunden? Ich weiß nicht, was sie getötet hat. Als erstes war die alte Siggi dran, sie bekam diese nässenden Wunden an der Pfote, dann hat sie aufgezufressen, dann hat sie gestorben. Ich habe gedacht, dass das alte Mädchen alt und geprächtlich wurde, aber dann sind alle erkrankt. Das hat ihr ziemlich schwer erwischt und Bobby geht zum Schlechtesten. Erzähl mir von Bobby. Commander Denford wirkt wie ein harter Mann, aber er hat eine Schwäche für Hunde, wie wir alle. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn sie alle sterben. Kannst du mir da gerade etwas ausrichten? Ah, Viecher. Es gab nichts, was ich für sie tun konnte, außer es ihnen gemütlich zu machen. Falls du sie heilen kannst, naja. Sie sind mein Ein und Alles. Ich werde versuchen, sie zu heilen. Du bist der Antichrist, aber ich gebe es euch jetzt drauf. Wenn du unseren Hunden helfen kannst, bist du für mich in Ordnung. Wie viel Ladung habe ich denn davon? Ich hoffe, das hält es gleich mal auf hier. Es geht ja mir tierisch auf den Fuß, dieses Gejampe. Wie viel Ladung habe ich denn davon? Na komm, es wird schon klappen. Hoffe ich zumindest mal. So, und der letzte klappt habe ich auch noch. Und ich habe irgendwie so das blöd Gefühl, dass gleich irgendwie alle platzen werden. Okay, ich will verdammt sein, es hat funktioniert. Wer fährt am Stein von Herzen, Ranger. Berichtet Denford davon, er wird ein Rückwärtssalto machen. Hey Ranger, was gibt's? Oh, nix, ne, bis jetzt. So, dann gehen wir mal zur Kommando Denford und schauen mal, was er uns jetzt sagen wird hier. Hat er meine Hunde in den Zwingern behandelt? Ja. Ist das so? Camper? Sir? Ja, Sir. Alles klar, also wir fertig. Raus mit euch und kommt nie mehr zurück. Wir bleiben in unserem Gebiet. Ihr bleibt in eurem und das war's. Haltet euch dran, Ranger. So, Spiel speichern. Speichern wir mal kurz eben auf der 2 als Alternative. Und dann gucken wir uns mal eben schnell das Logbuch an. Tja, ich würde jetzt am liebsten eigentlich gar nichts, ich gehe jetzt erstmal raus. Wenn ich jetzt rausgehe, werden die Dinger wahrscheinlich sofort wieder auf den Schießen. Vermute ich mal. Ich weiß noch nicht, ob ich damit zufrieden bin jetzt gerade. Und sonst muss ich da glaube ich nochmal reingehen. Und dann müssen wir da wirklich mal alles aufräumen. Wir haben die Hunde behandelt, aber die Sache mit Denford wurde kompliziert. Kompliziert, wie meinst du? Wie kompliziert kann es schon sein, dem Arsch da eine Kugel in den Kopf zu jagen? Wir haben eine Vereinbarung mit ihm getroffen, um den Krieg zwischen der RSF und den Ranger zu beenden. Ihr habt eine Vereinbarung getroffen mit diesem Schlechter, dieser Dieb? Da habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesehen, was mit uns passiert ist. Wir sind nichts als Sklaven. Verdammt. Ich kann sagen, okay, wenn ihr Verträgliches unternehmen wollte, ich schon. Vielleicht werden sich die anderen ein Beispiel an mir nehmen und sich mir anschließen. Äh, nee, so sieht nicht Mut aus, so sieht Dummheit aus. Ich glaube, wir haben Mist gebaut. Gut, dass wir gespeichert haben. Ich bin noch nicht gut, aber ich bin noch nicht sicher. laden das jetzt und räumen da direkt auf diesmal ohne noch mal weiter zu laden jetzt wird einfach nur kurz einmal durchgegangen hier durch die bude so was haben wir hier haben wir Schütze und noch einen Schütze schütze wo es noch hin Ah. Ich glaube, das machen wir mal wirklich so, um das was wir jetzt hier mal versuchen müssen auch zu splitten. Schrotzi und sie bleiben dann einfach mal hier. Er ist oben, er ist oben. Sie können auch noch mal nach oben schicken. Und ihn auch. Und er, ach komm, er geht auch noch mal nach oben. Guck mal, sie kann nicht, ne sie hat einen Chirurgen. Ich hoffe, der Typ kommt dann da jetzt gleich nochmal wieder raus. Sonst wird es hier nämlich ein bisschen kribbelig. 83 Punkte, 47 Punkte, 29 bis 44. Ich mach jetzt mal das hier. Ah shit, bleib unten. So, dann wählen wir jetzt einfach mal die hier an aus und dann... ... 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 Das ist schon ganz gut. Oh ne, ernsthaft? Nicht gut. Puh, das sind verdammt viele ey. Vielleicht ist ja irgendwo noch einer. Den wir so noch nicht hatten, aber die sind alle schon dran gewesen. Ah, Kacke, die hätte ich angehabt müssen. War natürlich jetzt ein bisschen blöd. Nimm den nochmal. Ich befürchte, dass die mit den Waffen jetzt hier gleich loslegen. So, die Hunde tut mir jetzt gleich eigentlich am meisten noch leid. Töne friedliche Lösung gibt es ja sowieso nicht, würde ich sagen. 23 lohnt sich gar nicht. Das brauchte für viel zu viel AP. Machen wir den Hinterhalt fertig. Die müssen noch ein bisschen vorlaufen, hier in die Ecke am besten. Ist ja nicht gut, dass er da nicht hochwerfen kann irgendwie. So, er ist dran. Oh, der hat gesessen. Der hat aufgesessen. Das reicht noch nicht mal mehr für einen weiteren Schuss, das ist echt mies. Okay, ich gehe wieder in Deckung. Okay, kommen wir noch zurück. Wir machen dir mal ganz kurz eben ein Päuschen, machen in der nächsten Folge weiter. Dann lade ich am Spielstand 3 zurück. Und wir machen die Sache nicht mit den Hunden, sondern gehen direkt drauf, weil wir können es sowieso nicht umgehen. Und ja, von daher bietet sich das an. Also von daher reingehauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.